Ich werde meinen Schloss verlieren. Ich werde meinen Schloss verlieren. Komm schon, lass mich schon kämpfen! Ich werde meinen Schloss verlieren. Oh, fuck. Okay, von hier aus geht's nicht. Anscheinend nicht. Gucken wir gleich nochmal in Ruhe. Oh, wow. Wir geben dem böden Feuer, ne? Aber alles machbar. Gute tausend Erfahrungspunkte. Ist okay. Ach, da ist ne Leiter. Die nichts bringt. Toll. Schöne, tolle Zeitverschwendung. Dann müssen wir da lang. Oh? Der Schnee ist wirklich schwer. Wärme für eine Infiltration. Da! Alle, runter! Er ist wirklich stark. Du kannst das wieder sagen. Jude, hinter dir. Hä? Hä? Du wirst all den Tag gehen, kid? Lass uns gehen. Oh, richtig. Oh, komm, die haben uns noch gar nicht getroffen. Wunderbar. Oh, verdammt. Ich glaube, da geht's hoch. Oh, da geht's hoch. Oh, da geht's hoch. Oh, verdammt. Oh, da geht's hoch. Es ist so viel Schnee, ich kann nicht gar nicht wissen, wo wir gehen. Die richtige Richtung oder nicht, besser wir gehen. Mila. Das Kastel ist dieser Weg. Danke. Sie sehen, dass sie sich beschäftigen. Wir können sie nicht helfen? Seine Diversität wird für nötig, wenn wir sie zusammenkommen. Wir müssen seine Lieblings retten. Geh sie nicht auf seine Lieblingsbewegung oder die Zivilisten! Die Leute wirklich lieben ihn. Wenn ich nicht falsch bin, ist dein Job hier immer, um Mila zu gewinnen. Das ist richtig. Los geht's, Leia! Entschuldigung! Wir müssen die Brücke kommandieren. Dann kämpfen wir uns durch. Sollte aber wohl nicht so schwer werden. Geht doch! Geht doch! Wir müssen zwei Gruppen verbrechen. Ein Grupp kann über die Brücke nach der Brücke und bringen die Schiff auf der Boden. Das ist eine gute Idee. Damit kann Gaius und seine Kruppen uns stärken. Dann können wir diese Träume durchführen. Okay? Dann ist die Frage, wer wird gehen? Geht doch! Ich werde hier stehen und kämpfen. Mila, du solltest du gehen. Entschuldigst du, Jude? Ich kann nicht mehr überhören deinen Plan mit diesen perfekten Ehrs meiner Meinung nach! Ist es das... Hey! Wer bist du? Ja? Ivor? Oh wow. Die Idiots überw prioritete? Taangen die Gäben, Fraud! Der Kürtchen hat gerade auf dich geschlossen. Ich bin der Wunder für den Show- jetzt! Danke, Ivor! Ich bereise. Ich kann eine breathinglese. Nein, 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 nein! Das ist alles falsch! Derutet nicht nur wegen einer Läge-Wirkung! Uh, okay, in that case, I'll take care of it. Ha! You think I'm just gonna let you play the hero? Gangway! You've gotten pretty good at handling him. Nah, that just kind of popped into my head. Well, he totally ignored Mila this time. Maybe he's obsessed with you now, Jude, but if he pulls his own weight, I have no complaints. Anyway, let's go. Ayva is so ein komischer Vogel. Aber gut, er hilft uns wenigstens. Und übernimmt die Kanone, beziehungsweise geht ans Kommando Deck oder wie auch immer man sich das nennt. Und versucht, das Flugschiff zu landen. Hoffentlich. Finally. IFC's controlled the ship. Drop your weapons and surrender. Ivor set us down on the ground what do you think I'm trying to do fly loop-de-loops this button maybe this must be it it is what do you do this time hopeless as usual quite a predicament can you tell us anything about these things now's hardly the time to chat you're under attack that's it that's it that's it good Ivor 12.000 have they oh wow I think she's talking about you got it Demonic chaos I think she's talking about you oh wow das war schon 16 sekunden gegen der kampf nicht schlecht will take over from here gaius probably didn't need us after all lady mila are you unharmed yes thanks to everyone but you what the ship is ours let's return to the castle here let me help you up how long until we can set sail i have every available man working to get the ship's systems under control it may take a few hours looks like we still have some time let's rest until then okay zeit tot schlagen wie immer wo wollen wir hin hat einer von euch irgendwas wichtiges zu sagen anscheinend nicht ein war genauso wenig dann verlassen wir noch mal kurzes schloss schloss haben wir eingenommen genauso wie das flugschiff jetzt müssen wir nur noch warten bis es bereit ist und dann können wir lossegeln i wonder what those two are talking about you wish to speak with me you told me earlier you have a booster implanted in your body why would you do such a thing why if you have to ask then you'd never understand but you're still just a young man how could you throw away your life the answer is simple i await my opportunity to kill the king what that is your reason gaius is worthy of the throne that is undeniable so i was left with only two options resist or submit you are a strong young man no you're just a weak old one i have given a lot of thought to what you said earlier it would seem that gaius is capable of leading his people down the correct path are you saying you'll support him gaius may be rashagal's only hope now that it has lost its king i shall summon rashagal's finest warriors here before the battle with exodus with your permission of course a wise decision ok also will einer von gaius leuten ihn stürzen Das war eines der Sachen, da steht Ellie Das ist nicht wahr! Sie haben es nicht gesagt, das war es nicht so! Teepo hat einen Punkt, wenn jemand rauskommt, seine Geheimnisse mit ihm sterben. Aber ich erinnere mich etwas, was meine Eltern mir gesagt haben. Sie sagten, dass die Menschen, die sterben, sind als Geheimnisse. Wenn das so ist, vielleicht sind die Geheimnisse immer mit uns. Selbst jetzt, wir können sie nicht sehen. Und das bedeutet, wir müssen sie schützen. Ich verstehe. Du bist richtig. Okay, dann hätten wir noch mit Ellie gesprochen. Es scheint aber noch mehr von unseren Leuten, glaube ich, zu geben, oder? Also, mit denen wir reden können. Versuchen wir mal rauszugehen. Ja, das funktioniert. Da ist Miller. Was ist das? Warum standst du in der Schmerz? Huh? Was ist falsch? Nichts. Nichts. Es geht nicht. Ich werde mit Ihnen sagen. Wunderbar. Verrassst du in die Schmerz? Ja, vielleicht wird es nur die Leitung. Ich werde eure Auftrag machen. Hm? Wo fühlst du nicht besser? Nicht wirklich. Aber keine Erachtung mehr. Vielleicht wird es auch noch ein paar Mal passieren. Okay, sure. So, uh, what's the outside world like? Olympias. What do you wish to know? Well, stuff like the climate, how the people are, things like that. I don't really know. Huh. Is that strange? No, I just figured you'd know something. But it sounds like it's been some time since you've seen it. Well, I don't think it's a matter of memory. I simply just don't know. Hmm. Oh, don't worry about it. I was just curious, that's all. All I know is that Spirex use is rampant on Olympias. Why would the people there rely on Spirex instead of just using their manilobes? Using Spirex is easier. No doubt the temptation was just too strong for them. I have a question for you, too, actually. What is it? Do you, uh, uh, how do I put this? You sure everything is okay? You're acting weird today. The ship is ready for departure. Please return to the castle. I guess we should head back. Musée, don't scare Jude like that. Mila, may I speak with you in private for a moment? You two can catch up. I'll just wait back at the castle. I can hear you. Well, we can take this. Then I'm going back to Gaius. Ah, there is our team. Hm? Das war schnell. Du könntest das sagen. Die Gang sind alle hier. Lass uns Gaius sehen. Hör auf, alle. Gaius und die anderen nehmen diesen Kampf sehr ernst. Wir müssen sicher, dass wir voll vorbereitet sind. Ja, guter Punkt. Ja, das sind wir schon. Die Ohren eines Monsters. Die Ohren eines Monsters. Das stimmt. Als er in den Wyvern kam, er konnte alles, was wir gesagt haben. So, was ist das? Ich würde dich nicht interessieren. Es sind die Wyverns, die guter Hörer haben, nicht Ivor. Oh. Oh. Also, was über Ivor? Hä? Oh, ich wollte nur fragen, warum er so leid mit Subtexten ist, wenn er so große Hörer hat. Oh. Oh. Ein populärer Thema, wahrscheinlich. Hm. Gehen wir zu Gaius. Da wir eh bereit sind. Und. Oh. Oh. Oh.